Herzlich willkommen hier wieder bei Pearl TV und der Sommer steht vor der Tür. Das heißt, man fährt vielleicht in den Urlaub, man ist viel draußen und man möchte sich richtig wohlfühlen. Und was ist da das Wichtigste? Natürlich auch, dass man gut riecht. Und wir haben wieder wunderschöne Düfte für Sie im Programm. Und zwar haben wir ein paar Klassiker wirklich da für Sie heute zusammengestellt. Und das auch zu unglaublichen Preisen, richtig? Richtig. Wir haben Pearl Jubiläum, 25 Jahre Pearl. Das bedeutet für Sie unsere tollen Düfte wirklich zu ganz, ganz kleinen Preisen. Und wir fangen direkt an mit einem wirklichen Klassiker hier. Der ist sehr, sehr beliebt, unserem tollen Sarah Lynn Duft und zwar Sarah Lynn Gold. Genau. Was ist denn heute mit dir? Du freust mich so, oder? Man muss eigentlich zu diesen Düften gar nichts mehr sagen, denn Parfum ist ein Ausdruck von Eleganz, Luxus und vor allem von Lebensqualität. Und diese Düfte sind für mich pure Lebensqualität. Und wenn Sie jetzt mal auf den Preis schauen möchten, 5,25 Euro, und dass wir Ihnen jetzt zwei Flakons zeigen, ist nicht irgendwie ein Fehler, der sich hier eingeschlichen hat, sondern das ist das Set. Sie bekommen zwei Flakons, zwei Flakons eau de Parfum. Und das bedeutet, jetzt haben Sie die Möglichkeit, ein Zuhause stationär in Ihrem Badezimmer dahin zu stellen, wo Sie ihn immer sehen und wo Sie sich an diesem schönen Design dann auch erfreuen können. Und dann passt natürlich einer von der Größe her perfekt in Ihre Handtasche. Dieser Duft wird Sie umschmeicheln. Der wird Sie begleiten wie ein schönes Kleid, wie ein Kleidungsstück, wie etwas, was Sie ja sozusagen als Unterstreichung Ihrer Persönlichkeit bewusst gewählt haben. Diese ausgewogene Duftkomposition, die ist einfach eine Kombination aus frischen Blumenuancen, aber eben auch süßen Untertönen. Das ist der richtige Duft für die Dame von Welt, egal ob jetzt im Büro oder abends beim ganz großen Auftritt, beim Besuch im Theater oder beim romantischen Dinner. Doppelpack, also zwei 50 Milliliter Flakons, eins für zu Hause, eins für unterwegs. Das ist genau das richtige Set für die Dame von Welt. Und wenn wir über Düfte reden, müssen wir natürlich auch die Düfte für Sie beschreiben. Und das mache ich sehr, sehr gern. Denn die Kopfnote ist Ingwer. Das ist fruchtig, das ist leicht, das ist ein Gefühl von Sommer, kombiniert mit Bitterorange. Kopfnote ist das, was Sie als allererstes wahrnehmen, wenn jetzt Frau Steiner diesen Duft aufgesprüht hätte und an mir vorbeigehen würde. Dann kommt als zweites die Herznote. Das ist sozusagen der zweite Eindruck dieses Duftes. Und da habe ich dann Jasmin. Und dann kommen die Basisnoten, auf denen diese ganze Duftkomposition basiert. Das ist zum Beispiel Bernstein und das ist zum Beispiel Pachuli. Und diese Kombination ist einfach genau das, was diesem Duft, diese Leichtigkeit, aber trotzdem diese Eleganz verleiht. Das ist ein Duft, der sich hinter keinem, aber wirklich keinem großen Duft dieser Welt verstecken muss. Nur, dass Sie jetzt nicht für ein Eau de Parfum 100 Milliliter insgesamt 99 Euro oder 129 Euro oder vielleicht noch mehr bezahlen müssten, sondern Sie bezahlen jetzt unseren TV-Sonderpreis als Dankeschön dafür, dass es uns jetzt seit 25 Jahren gibt, also perl.de seit 25 Jahren gibt. 5,25 Euro für diesen tollen und wirklich eleganten Duft für die Dame von Welt. Und liebe Männer, jetzt sollten Sie anrufen und wählen 0180 51 51 3 mal die 2. Denn das ist ein Duft, wenn Sie da eine Schleife drum machen, da wird Ihnen Ihre bessere Hälfte um den Hals fallen und sagen, danke Schatz, das ist ein Duft, danach habe ich wirklich fast mein ganzes Leben lang gesucht. Denn hier haben die Duftingenieure die tollsten Düfte der Welt analysiert, kombiniert und sozusagen das Beste vom Besten gemacht. Wenn das jetzt eine CD zum Beispiel von den Rolling Stones oder Supertramp wäre, dann wäre das sozusagen ein Best-of-Album. Und das ist jetzt in diesem tollen Eau de Parfum für Sie möglich. Aber das waren die zwei Flakons. Und es ist noch lange nicht Schluss, denn die Dame von Welt sollte mehrere Düfte haben. Und das kennt Kathi, erzählt sie zumindest immer, in ihrem Badezimmer steht eine große Auswahl. Ich habe mehrere, wirklich. Es ist ja wichtig, es gibt ja verschiedene Anlässe. Also wenn man vielleicht abends weggeht, möchte man natürlich anders riechen, gerade wenn man vielleicht irgendwas vorhat, ein kleines Date hat, dann hat man das eine Parfum. Und tagsüber, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, wenn ich mit meinen Freunden shoppen gehe oder so, dann lege ich natürlich ein anderes Parfum, auch vielleicht was Frischeres. Gerade auch jetzt zur Urlaubssaison. Im Urlaub möchte man vielleicht auch mal was ausprobieren, auch mal ein bisschen anders riechen, ein bisschen frischer, ein bisschen peppiger vielleicht. Oder vielleicht auch mal ein bisschen blumiger, ein bisschen süßer, als man sonst sein Parfum trägt. Und daher ist es hier wunderbar, weil wir haben wirklich diesen TV-Sonderpreis, 5,25 Euro. Und da kann man wirklich ein bisschen was auch ausprobieren. Vielleicht entdecken Sie einen neuen Duft für sich. Was steht mir überhaupt? Vielleicht finden Sie etwas ganz Tolles, wo Sie wirklich viele Komplimente bekommen. Und das könnte zum Beispiel dieser Duft sein. Denn das, was Sie jetzt an der Seite insertiert sehen, da oben in diesem grauen Kasten, Sinnlichkeit und Verführung, das ist schon wieder weg, haben einen Duft. Das hat ein Mann geschrieben. Also einer unserer Texter. Und der hat genauso wie Kathi an eben diesen Duft gerochen und hat gesagt, hm, warte mal, das ist für mich aber der Inbegriff der Sinnlichkeit. Das ist der Inbegriff der Verführung. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, mit diesem blumigen, fruchtigen, aber trotzdem süßen, aber nicht zu schweren Duft ist gewährleistet, dass Sie einfach wirklich betörend riechen werden, meine Damen. Das ist ein Eau de Parfum, auch hier wieder 100 Milliliter, und zwar von einem Duft, der leicht fruchtig, blumig und trotzdem sowas von elegant ist. Das ist ein bisschen die jüngere Richtung, aber es ist trotzdem auch elegant. Hier ist wirklich auch wieder sozusagen das Beste vom Besten kombiniert worden, denn hier hat der Duftingenieur, der dafür zuständig war, als Beschreibung und uns einfach nur rausgegeben, ein eleganter Duft für die Dame von Welt, egal welchen Alters. Und dieser Satz bringt es meiner Meinung nach auf den Punkt, denn wir haben hier einen Duft, der jetzt hier gerade in der Luft liegt, weil Kati gesprüht hat, und es ist einfach leicht fröhlich, und es ist ein bisschen Sommer, aber es ist schon so der Sommerabend. Es ist primär so dieses Gefühl, Mittelmeer, Zusammensitzen, schön, Tisch, Sonnenuntergang. Das ist das, was dieser Duft für uns hier gerade ausmacht. Können Sie sich jetzt auch einfach mal gönnen, und liebe Herren, auch hier einfach eine Schleife drum, und Sie sind geschenktechnisch auf der richtig sicheren Seite, denn 5,25 Euro statt 39,90 Euro ist jetzt unser absoluter TV-Sonderpreis. Das ist, ja, plus minus null für uns, aber für Sie ein riesengroßer Gewinn. Und dieser tolle Duft, diese Mischung aus Leichtigkeit und trotzdem elegant, aus Sportlichkeit und trotzdem schick, hat natürlich auch eine Bestellnummer. Die NX 8016 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Und wenn wir Damendüfte haben, liebe Herren, die Sie als Geschenk kaufen können, dann sollten Sie jetzt vielleicht auch an sich denken. Und liebe Damen, wenn Sie sich jetzt gerade diese tollen Ode-Performs gegönnt haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Sie einfach für Ihren Mann und dann somit für sich selber auch noch mal was mitbestellen können. Denn Tom Kobani ist unser Top-Hersteller für Herrendüfte. Und der hat, und diese Flasche sieht nicht ohne Grund einer Flasche aus den 80er, 90ern sehr ähnlich, der hat auch genau so gesagt, warte mal, was war denn das Beste an Herrendüften aus den 70ern, 80ern, 90ern, 2000er und aktuell? Das sind also fast 5 Jahrzehnte. Und in 5 Jahrzehnten gab es natürlich unwahrscheinlich viele Männerdüfte, die Frauen toll fanden. Und diese tollen Komponenten hat eben Tom Kobani dann kombinieren lassen, und hat das erste wieder verworfen, das zweite wieder verworfen. Und am Ende kam dieser Duft dabei raus. Das ist der richtige Duft für, ja, Büro, aber auch für das Abendoutfit. Das gehört zum Anzug und zum Mann wie die Krawatte zum Hemd. Das gehört so zum Mann wie der passende Gürtel zu den passenden Schuhen. Das ist Eleganz, das ist Lebensqualität. Und das Ganze ist aber auch wieder für 5,25 Euro jetzt für Sie möglich. Und wir haben ja auch wieder 100 Milliliter Eau de Parfum. Also wirklich sehr, sehr ergiebig. Und das ist ein toller Herrenduft. Also wenn man den sprüht, wenn der Herr an einem vorbeigeht, man dreht sich als Frau direkt um und möchte wirklich sehen, welcher Herr war das, der diesen Duft getragen hat. Also wirklich sehr, sehr maskulin auch. Wunderbar schön auch wirklich abgestimmt aufeinander. Die verschiedenen Duftnuancen, die hier zusammengestellt sind. Also ein wirklich schöner Herrenduft. Also stellen Sie sich vor, Sie kombinieren heutzutage aus der heutigen Zeit George Clooney, mischen noch ein bisschen Rock Hudson dazu, ein bisschen Gary Grant und vor allem auch noch ein bisschen John Wayne. Dann legen Sie noch ein bisschen Clint Eastwood drauf, schütteln das einmal gut durch. Und das ist sozusagen das, was als Mann dabei rauskommen würde. Und genau das ist das, was hier auch diesen Duft ergibt. Denn es ist männlich herb, aber es ist trotzdem frisch. Es ist trotzdem elegant. Und es basiert einfach auf der Kopfnote, die gleich als erstes in Ihre Nase eindringt, wo Sie sagen, angenehm, das ist Melone, das ist Mandarine, das ist Gurke. Und dann kommt eben die Herznote. Und die macht eben genau diesen Cary Grant, Rock Hudson, das ist genau das, was es dann ausmacht. Das ist Basilikum, es ist Geranie, es ist Salbei. Und jetzt nehmen wir nochmal John Wayne, Leder, Hölzer und Moschus. Das kombiniert ist wirklich ein Duft, wo ich sage, wow, das gefällt mir als Mann. Da mag ich mich vor allem selber riechen. Das gefällt mir als Frau auch. Und da sagt dann natürlich auch Frau, wow, das ist ein toller Duft. Und somit haben Sie, liebe Männer, jetzt die Möglichkeit, ein Eau de Parfum. Und das bedeutet, ein Sprüher reicht. Ein Sprüher links, ein Sprüher rechts. Und schon sind Sie für den ganzen Tag dufttechnisch gut gewappnet. Der Duft ist nicht zu schwer, was man von vielen Männerdüften ja kennt. Es ist aber ein trotzdem schöner, angenehmer Duft. Es ist trotzdem ein Duft, der Sie den ganzen Tag begleitet. Aber eben nicht durch Schwere, sondern durch Ausgewogenheit. Durch eine perfekte Komposition von eben den Elementen, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Und diese Männerbildvariante, die passt ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem. Und schon haben wir genau das Männerbild, was Sie sich dann sozusagen geruchstechnisch jetzt vorstellen können. Das ist ideal für den Ausgehabend, aber das ist auch ideal als Alltagsbegleiter. Und ich kann Ihnen sagen, egal ob im Büro, im Meeting, im Bus, in der Bahn, egal wo, Sie werden von der Damenwelt definitiv große Augen sehen, die dann sagen, oh, was war das denn? Dafür brauchen Sie natürlich eine Bestellnummer. Die NC4872 und die 569 ist die Bestellnummer für Tom Kobani Black. Das war eben ein Eau de Parfum. Und jetzt gehen wir sozusagen mehr so in die etwas jüngere Richtung. Jetzt nehmen wir, ja, MacLint Eastwood raus und schmeißen, ja, Brad Pitt dazu. Und jetzt nehmen wir Rock Hudson raus und schmeißen ein ganz kleines bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen, zum Beispiel Johnny Depp mit rein. Jetzt kommen wir nämlich zu Tom Kobanis Hernduft Sport. Und dieser sportliche Duft ist ein Eau de Toilette. Und gucken Sie mal, wie schön dieser Flacon aussieht. Das ist ein Duft, der, ja, einfach angenehm, leicht, fröhlich riecht. Und fröhlich ist wirklich das Stichwort, denn egal, ob jetzt, ja, im Büro oder beim Sport oder im Alltag, das ist ein Duft, da werden Sie immer auf der richtig sicheren Seite sein. Denn er riecht förmlich nach weiter, weiter Welt, nach Abenteuer, nach, ja, Eroberungsdrang. Und die Aktivität auch irgendwo, weißt du, da denkst du, das ist so ein Mann, der ist halt wirklich noch so aktiv, der ist wunderbar, immer, ja, im Mittelpunkt irgendwo auch so ein bisschen vielleicht, also wirklich ein toller, sehr, sehr, ja, nicht zu schwerer Duft natürlich auch. Also wirklich leicht, ist ja auch ein Eau de Toilette, also kann man immer wieder auch auffrischen den Tag über. Aber auch nach dem Sport finde ich den halt gerade toll aufgetragen, halt der Mann, der dann im Biergarten sitzt, der Mann, der irgendwie durch die Stadt läuft am Wochenende, in einem Café sitzt, der wirklich halt noch das Leben genießt, der durch den Park läuft, also toll. Das ist ein unaufdringlicher Duft, das ist ein sportlicher und es ist vor allem ein frischer Duft. Das ist also der perfekte Alltagsduft für den Mann. Das ist so, Zitrusnoten treffen jetzt in diesem Duftwasser von Tom Kobani auf, ja, herbe Nuancen, wie zum Beispiel Ingwer oder floralen Lavendel. Das ist dezent, aber es ist trotzdem frisch. Und das liegt vor allem an der Kopfnote, denn das beginnt mit einem schönen Zitronenduft, mit Ingwer, wir sprachen eben drüber. Und dann kommt die Herznote, also das, was wir als zweites wahrnehmen, Lavendel, Zypresse und Geranie. Und Geranie ist eben genau dieser Duft, das kennen Sie, liebe Zuschauer, wenn der Sommer beginnt und auf den meisten Balkonen die Geranien anfangen zu blühen, dann ist das so ein leichter Duft, der Ihnen automatisch signalisiert, jetzt ist Sommer. Jetzt ist, ja, eine schöne, schöne Zeit, wo die Endorphine dann plötzlich anfangen zu arbeiten, wo Ihr Körper sagt, ja, ich will Sommer. Und genau das ist das, was hier dieser Geranien-Inhaltsstoff bei Ihnen auch bewirkt. Das Ganze basiert sozusagen, oben drauf gepackt, auf den Duft von Bernstein. Und dieser Duft von Eleganz kombiniert eben mit den Sommerelementen, mit der Leichtigkeit, ist das, was hier für Frische, für Sportlichkeit, für Aktivität und vor allem für Lebensqualität steht. NC 4871 und die 569 für unser Tom-Cobani-Sport. Aber unaufdringlich, ideal für den Alltag, da sehen Sie es nochmal. Und genau das ist einfach der Punkt. Die Flasche, der Flacon sieht traumhaft aus und der wird auch bei Ihnen traumhaft aussehen und der wird auch seine Wirkung hundertprozentig nicht verfehlen, liebe Herren. Deswegen bestellen Sie sich das jetzt einfach mal ganz schnell, denn zu dem Preis für 5,25 Euro wissen wir nicht, wie lange wir diesen TV-Sonderpreis noch machen können. Heute ist einer dieser Tage, wo Sie sich einfach mal was gönnen sollten. 0180 51 51, dreimal die zwei oder ganz bequem im Internet bestellen. Maximal zwei Tage brauchen wir bis dieser Duft oder diese Düfte, für die Sie sich entschieden haben, ja dann bei Ihnen sind. Und dann werden Sie das Paket öffnen. Und beim ersten Sprühen wissen Sie ganz genau, Sie haben einen absoluten Traumduft zu einem absoluten Schnäppchenpreis erstanden. Und Sie werden sich ärgern, dass Sie nicht zwei bestellt haben. Also, rufen Sie jetzt an. 0180 51 51, dreimal die zwei.